Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren 8 Uhr Morgens Let's Play. Die hat es jetzt längere Zeit leider nicht gegeben, weil ich einige Sachen für die Steuer erledigen musste. Das hat mich drei Tage gekostet und war ziemlich aufwendig. Allerdings werden alle vergessenen Folgen, nicht gesendeten 8 Uhr Folgen natürlich nachgeholt, denn 8 Uhr Morgens ist ja nicht ein normales Let's Play, sondern es ist Ramsis spezielles Danke-für-dein-Support-Let's Play. Als Vault-Aufseher, Tentakel-Papst und langjähriger Großunterstützer des Kanals darf sich der Ramzi immer ein Spiel aussuchen, das hier auf dem Kanal gespielt wird. Und dieses Mal bleiben wir im Adventure-Genre. Es bleibt abenteuerlich. Und wir machen mit Maniac Mansion weiter. Quasi, wenn mich nicht alles täuscht, ein Vorgänger von Zach McCraken. Joa, gut. Dann starten wir gleich mal, oder? Maniac Mansion. Ich habe im Vorfeld ein bisschen gegoogelt zu dem Spiel. Ich habe das als Kind einmal kurz für ungefähr 20 Minuten gespielt. Ich kann mich nicht mehr wirklich an irgendwas erinnern, aber ich weiß noch, dass ich das mal kurz gespielt habe und überhaupt nicht gecheckt habe, was los ist. Das ist meine Erfahrung mit dem Spiel. Ich spiele das also vollkommen blind. Und, ähm, naja. Ich bin gespannt, wo uns das jetzt noch so hinführen wird. Ich habe auf jeden Fall schon gelesen, dass es wirklich so Sachen wie Permadeath gibt. Und, äh, naja, ne. Man kann halt wirklich sehr schnell mal Game Over gehen oder in eine Sackgasse gehen. Das ist natürlich, haha, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das heißt, sehr oft speichern. Guide habe ich schon neben mir. Wie bei Zach bei Cracken auch oder auch bei Geheimakte Tunguska in den Streams werde ich die Guides allerdings nur benutzen, wenn ich gerade nicht mehr weiß, was los ist. Ähm, und ansonsten viele verschiedene Savegames machen. Und dann schauen wir mal. Hoffen wir, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Also, bitte noch zwei Kinder aussuchen. Jetzt muss ich mal schauen. Also, den Dave. Sandys Freund organisiert die Rettungsaktion. Okay. Den müssen wir nehmen, oder? Dave ist quasi der Protagonist. Und jetzt dürfen wir uns noch zwei von diesen sechs hier aussuchen. Wen haben wir denn hier? Söd. Ein aufstrebender Musiker, der eine eigene New Wave Band gründen will. Na gut. Ach, so genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich spiele die Good Old Games Version. Also, die GOG Version mit einem Deutsch-Patch, den ich auf irgendeiner ziemlich shady Seite gefunden und runtergeladen habe. Mhm. Aber meine Virenprogramme sagen, es ist alles in Ordnung. Na gut. Funktioniert auch der Patch. Also, wird schon passen. So, wen haben wir hier noch? Michael, preisgekrönter Fotograf für die Schülerzeitung. Wendy möchte gerne Schriftstrellerin werden und wartet auf den Durchbruch. Brandon, Präsident des Physik-Clubs und Gewinner des Eierkopfpreises. Razor, Sängerin in einer Punk-Band. Razor and the Scumets. Jeff hängt normalerweise am Strand rum und hört auch auf den Namen Surfer Dude. Okay, zwei davon dürfen wir mitnehmen. Also, ja, weiß ich nicht. Die Sängerin einer Punk-Band, das ist mir schon mal sehr sympathisch. Die ist schon mal sehr cool. Und Surfer, also, wenn es darum geht, mit welchen Leuten ich am liebsten abhängen würde, würde ich wahrscheinlich hier Razor und Jeff nehmen. Der Surfer Dude und die Punk-Band-Sängerin, ich glaube, mit denen kann man eine gute Zeit haben. Aber, wir sind ja hier auf einer Rettungsaktion. Wem brauchen wir für eine Rettungsaktion in der Maniac Mansion am besten? Ein Journalist ist bestimmt nicht schlecht, weil der kann, ja gut, der ist nur Fotograf, der ist kein, na, das, ich meine, das schließt sich nicht aus. Aber einen Fotograf, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, einen Journalist, einen investigativer Journalist, den hätte ich gern. Der Erfahrung hat mit Sachen untersuchen und erkunden und so eine Detektivarbeit im Grunde sollte der machen. Auf jeden Fall der Nerd natürlich. Den Präsidenten vom Physik-Club und Gewinner des Eierkopfpreises, den sollte man, glaube ich, bei so einer Rettungsaktion schon dabei haben. Der ist echt nützlich. Gut, Musiker, der gerne mal eine New Wave Band gründen würde, weiß ich jetzt nicht, ob der so nützlich ist. Preis gegründet, Schüler, ja Fotograf, vielleicht dann eher die Schriftstellerin. Schriftsteller sind unter Umständen, je nachdem, was die jetzt schreibt, auch Detektive oder investigative Journalisten eben auch, recherchieren halt auch viel. Dann haben wir natürlich noch Razer. Ja, den Surfer-Dude schließe ich jetzt mal aus. Ich glaube, einen Surfer-Dude braucht man nicht auf so einer Rettungsaktion. Ich schwank zwischen dem beiden und Razer. Wisst ihr, was nehmen wir Razer mit? Weil von allen hier sieht Razer am toughesten aus. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir froh, dass wir Razer dabei haben. Oder? Denke ich. Haben wir eigentlich Spiel-Sound? Wartet mal. Verdammt, wir haben keinen Spiel-Sound, oder? Ah, das ist ein bisschen doof immer. Ich muss mal gucken. Das kriege ich, glaube ich, vielleicht mit etwas Glück noch hin. Und ansonsten fehlt hoffentlich nicht viel in dem Spiel. Sprachausgabe gibt es nicht. Können wir mal die erste Folge zur Not ohne Sound machen. Aber ich hoffe... Wartet mal, lass mich noch schnell ein bisschen mit den Einstellungen hier rumspielen. Hm, das hätte schon die richtige Einstellung sein müssen. Versuchen wir es nochmal. Ah, ich glaube, jetzt hören wir was, oder? Zumindest habe ich Ausschläge im Aufnahmeprogramm. Das muss leider bei dem Aufnahmeprogramm nicht unbedingt. Was heißt denn, weil das spinnt ein bisschen bei mir. Das OBS ist eigentlich wirklich gut, simpel und funktioniert normalerweise. Nur manchmal mag es den Sound nicht so richtig aufnehmen. Hoffen wir mal, dass das jetzt geht. Ich werde es leider erst im Nachhinein rausfinden. Aber gehen wir jetzt mal mit Brandon, unserem Nerd und Razer, unserer Punk-Sängerin und natürlich Dave, Sandys Freund. Los geht's! Die Grillen zirpen. Vor genau 20 Jahren. Kablammo! Ja, okay. Die Musik ist schon ziemlich geil. Wäre schade, wenn die nicht mit drauf ist. Ja,есть ist schon leer. Mostly. Okay. Okay. Sehr geil. Okay, hier sind wir beim alten Haus. Hierher hat Dr. Fred's Handy verschleppt. Wir müssen sie da rausholen. Wiederholen ist gestohlen. Das könnte gefährlich werden. Wenn jemand aussteigen will... Okay, ich bin schon weg. Werner, zeig kein Feigling. Bernard, eher. Es geht schließlich um Sandys Leben. Ja, aber es geht technisch gesehen wahrscheinlich auch um euer Dreierleben. Insofern... Na gut. Ich habe gehört, Dr. Fred sei ganz nett. Reimt sich auf jeden Fall. Insofern stimmt es wahrscheinlich. Okay, jetzt holen wir Sandy da raus. Okay, geht schon los. Auch wenn er noch redet. Nimm, gib, lies, zieh, drück, öffne, gehe zu. Was ist? Mond. Okay, was ist? Ist... Oh, oh. Hä? Schild. Was ist Schild? Gehe zu Schild. Lies Schild. Warnung. Eindringlinge werden... Jetzt wird's spannend. Schrecklich verstümmelt. Hm, hm. Okay. Sehr gut. Ich schaue dem Bildschirm nochmal genau durch, ob hier noch was anderes ist, außer Schild. Das ist, glaube ich, immer gut. Mit dem Was ist Befehl alles durchgehen. Okay, weiter geht's. Zum Glück hat das Spiel anscheinend nicht sehr viel Sound. Also selbst wenn, geht nicht viel verloren. Ich meine, die Intro-Musik war cool. Aber vielleicht kann ich die, wenn es wirklich ist, nachträglich sogar drüberlegen. Und ansonsten, bis jetzt ist alles stumm. Vielleicht sollte ich selber Musik... Auch vielleicht suche ich so eine, so eine, so eine Public Domain, lizenzfreie 8-Bit-Musik-Playlist und spiele die dann immer, wenn wir Maniac Maniac Mansion spielen. Mal gucken, wenn das Spiel so leise bleibt, vielleicht mache ich das. Hab mal ein bisschen selbst gebastelt, einen Soundtrack. Muss ich gucken. Vielleicht gibt es eine Spooky 8-Bit. Aber das sind schon viele sehr spezielle Präferenzen, die ich da habe. Es muss unheimlich sein. Es muss 8-Bit sein. Und es soll auch noch lizenzfrei sein. Das wird schwierig. Das kann ich nicht nehmen. Okay, was ist? Wir haben Büsche. Wir haben Haustür. Okay. Schauen wir mal hier noch. Tür-Türklingel. Da ist die Tür-Türklingel. Okay. Da hätte ich die nicht erwartet. Die Fenster existieren nicht wirklich. Ah, hinter dem Busch sehe ich schon was. Na ja, gut. Schauen wir mal weiter. Und was haben wir hier noch? Ähm. Was ist? Zeiger. Briefkasten und Zeiger sind zwei getrennte Objekte. Da muss man immer aufpassen. Das ist teilweise... Okay, jetzt pass mal auf. Wenn wir schon hier sind, öffne Briefkasten. Und trennen ist nix. Schade. Ähm. Benutze Zeiger. Okay. Jetzt meint jemand, da ist Post. Warte mal. Schalte ein. Schalte aus. Schließ. Schalte aus. Gut. Äh. Nimm Busch. Tatsächlich. Das hat funktioniert. Äh. Öffne Gitter. Es ist verrostet und geht kaum auf. Schade, schade. Aber was heißt kaum? Person. Razor. So, für was haben wir Razor denn dabei? Ich habe die genau für solche Situationen mitgenommen. Also eigentlich habe ich mir eher gedacht, dass die vielleicht... Dr. Fred einfach übelst verprügelt, wenn es ernst auf ernst kommt. Hart auf hart kommt. Aber vielleicht kann die auch das Gitter aufstemmen. Weil sie einfach nicht so... Ne, er ist so der... 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 Der Bernhard ist das Hirn. Und er... Weiß ich nicht genau. Und sie ist für die harten Sachen hier verantwortlich. Ähm. Öffne. Er ist halt der Anführer, der das Team zusammenhält. Der Kleber. Der Kleister. Geht kaum auf. Naja, okay, gut. Dann wechseln wir wieder zu Dave. Dave, öffne die Tür. Tür ist abgeschlossen. So, ich speicher jetzt mal. Wie geht das gleich nochmal? F5, glaube ich. Genau. F5 ist bei Scum immer. Ähm. Ich nenne die jetzt einfach ganz generisch durchnummeriert. Vielleicht mit ein paar Infos dazu in Zukunft. Damit ich ungefähr weiß, wo wir sind. Drücke die Türklingel. Oh. Oh, die Türklingel. Vielleicht ist das mein Paket. Oh, ich sollte einen Screenshot machen. Das ist eine wichtige Karte eventuell, oder? Ja. Ähm. Sollten wir uns jetzt vielleicht irgendwie verstecken, oder so? Ich habe ein bisschen Angst. Razer! Lauf! Okay, Dave. Ich weiß jetzt auch nicht. Dann warte ich mal vor der Tür, oder? Oder auch nicht. Ne, ich verstecke mich. Wirklich. Kannst du das Schild nicht lesen? Oh, oh. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht schrecklich verstümmelt. Und jetzt hau endlich ab. Okay, das hat nicht funktioniert. Drücke. Klingel. Und jetzt laufen wir aber ganz schnell weg. Vielleicht sucht er dann nach uns und lässt die Tür offen stehen. Schauen wir mal. Was gibt es bei euch so Neues? Was gibt es bei euch so Neues? Könnt ihr mir jetzt, während wir hier rumstehen und warten, in die Kommentare schreiben. Was gibt es bei mir Neues? Denkt ihr euch jetzt vielleicht? Nix eigentlich. Ich spiele immer noch Genshin Impact wie blöd. Und leider bin ich da ziemlich durch einfach mit dem aktuellen Content und kann jetzt nur noch täglich so ein bisschen grinden. Aber das ist... Also dafür habe ich das Spiel nicht angefangen. Leider kommt das nächste Content Update, das echte, erst im Dezember. Aber so lange, glaube ich, spiele ich das jetzt noch. Das hat so ein bisschen Fallout 76 abgelöst, als mein allabendliches Vor-mich-hin-Spiel-Spiel. Macht mir mehr Spaß als Fallout 76 auf jeden Fall. Muss ich schon sagen. Und ansonsten warte ich jetzt auf nächsten Monat. Nächster Monat wird fett. Nächster Monat wird auch in den Ausgaben fett, aber auch in den erhaltenen... Irgendwie kommt der nicht, oder? Weil ich meine, die Xbox... Ich habe jetzt die Xbox Series S bestellt. Als gemütliche, kleine Wohnzimmer-Konsole, die ich aber sicher auch für Streams und so weiter benutzen werde. Und Exklusiv-Titel und so, ist klar. Und die PlayStation 5. Die kommt ja dann erst gegen Ende. Die Xbox schon gegen Anfang des Monats. Und irgendwann kommt dann auch noch Hyrule Warriors. Auf das freue ich mich auch schon. Das ist so ein bisschen mein Problem mit der PlayStation 5. Weil es gibt da nicht wirklich einen Release-Titel, der mich tatsächlich richtig, richtig interessiert. Zumindest keinen Exklusiven. Ich meine, ja, auf Cyberpunk freue ich mich. Da bin ich zumindest sehr gespannt. Da kann ich gar nicht sagen, ich freue mich, aber ich bin sehr gespannt drauf. Das könnte verdammt cool werden. Aber ehrlich gesagt, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Mal abwarten. Ah, Fußabtreter. Nimm Fußabtreter. Ah, ha, 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 nimm Schlüssel. Dö, 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 okay, gut. Ich speichere jetzt nochmal. Und ich speichere jetzt bei Save 1, weil ich glaube, bis jetzt habe ich noch nichts verkackt. Hoffe ich. Oh, oh, das Klingeln. Vielleicht, vielleicht war das Klingeln schon mein Game Over. Ich glaube aber nicht. Ich bin von Zack McCracken noch ein bisschen vorgeschädigt. Ähm, das hat mich da, was das angeht, wenn man gleich am Anfang ein Papier ins Feuer wirft, ist man sofort quasi in der Falle und kommt nicht mehr raus. Naja, was ich sagen wollte ist, ach, da unten ist mein Inventar, aber das ist nicht schlecht. Was ich sagen wollte ist, es ist so, abgesehen von dem Demon's Souls Remake und Cyberpunk gibt es im Grunde keine Starttitel für die Playstation, die mich wirklich interessieren. Und ehrlich gesagt, das Demon's Souls Remake ist schon cool und so, aber es halt, habe ich halt auch schon gespielt. Demon's Souls. Also, naja, ist jetzt nicht der Shit, wo ich sage, so, yeah, neue Playstation für das Spiel. Okay, gehen wir rein, oder? Da, 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 so, was ist? Aber bei der Xbox ist es ganz genauso. Äh, da ist auch kein einziges Spiel dabei, gerade jetzt zum Start, wo ich mir denke, so, uiuiui, voll geil. Ich hole mir da den Games Pass. Das ist perfekt fürs Wohnzimmer, wirklich. Das ist so super. Wir haben gleich einen zweiten Controller dazu bestellt. Die kleine, weiße, gemütliche Xbox an den Fernseher. Games Pass drauf, zwei Controller. Perfekt für, für uns zwei, für Merlin und mich abends vom Fernseher. Super cool. Ähm, aber abgesehen von, von Yakuza Like a Dragon, das bestimmt witzig ist, ist da auch jetzt nix beim Start dabei. Das, weil ich meine, mit, mit, ehrlich gesagt, mit Assassin's Creed kann man mich wirklich nicht mehr vorm Kamin locken. Sagt man das so, weil, das ist einfach, naja, na, kennt man eines, kennt man alle. Ich meine, die haben eine Evolution durchgemacht, aber ich sag mal so, spielt mal eins, alle drei, vier Jahre, kennt man alle. Oh, was ist das? Moin, meine Liebe, gefällt dir hier? In ein paar Minuten ist alles vorbei. Das ist aber nicht Dr. Fred, oder? Der sah anders aus. Meine Maschine sagt dir dann dein süßes Gehirn raus. Wie sie schon wieder designt ist, oder? Alter, was ist denn da los? Damit kommen sie nicht durch. Dave und meine Freunde werden mich retten. Aber so war das in den 80ern. Sie sind der... Sie und der Meteor können einpacken. Der Meteor. Das glaubt auch nur sie. Rittet er jetzt mit uns? Rittet er grad die vierte Wand hier? Hehehehe. Hat er gesagt, das glauben auch nur sie, oder hat er gesagt, das glaubt auch nur sie? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich, ich... Ich kann die W... meine W-Taste klemmt. Saß er aus, als würde sie gegen die Wand laufen. Na ja. Kleiner, kleiner, wird Person-Gamer-Witz hier, so am Rande. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich schau mal in die Großvateruhr. Ich öffne die mal. Das lässt sich nicht öffnen. Okay. Großvateruhr, Haustür, Tür, Vase. Keine Ahnung. Nimm. Vase. Äh, öffne Vase. Drücke Vase. Vielleicht drücke Uhr. Schließe... Schließ-auf-Uhr mit Schlüssel. Das kann nicht funktionieren. Also, ich meine, keine Ahnung, aber... Naja, unwahrscheinlich. Warum ist eigentlich die Farbe seiner Haare genau die gleiche wie die der Tür? Guck mal, so hat er eine ganz andere und lustige Frisur. Und dann plötzlich... Dadaaa... Riesen-Achtziger-Jahre-Tolle. Und dann... Wieder kurze, kurze schwarze Haare und dann wieder ganz buschige, braune Haare. Nice! Gute, gute Camouflagetechnik. Da, wenn ein Feind kommt, stellt er sich vor die Tür und dann meint er, was macht denn dieser kurzhaarige, schwarzhaarige Junge hier? Und dann, ähm, kann er das nächste Mal voll Icognito auftreten. Und dann heißt zwar, war das der Einbrecher in ihrer Villa? Und dann sagt er, nein, nein, der hatte kurze, schwarze Haare und keine so langen, lockigen, braunen. Perfekt. Das perfekte Verbrechen. Ähm... Dave übrigens das nächste Mal die Polizei rufen. Ich meine ja nur, ne? Wär auch ne Option. Anstatt, dass du irgendwie mit deiner Punk-Sängerin-Freundin und deinem Nerd-Freund irgendwie hier in ne fremde Villa einbrichst, einfach mal die Polizei rufen beim nächsten Mal. Ich weiß, über die hört man zurzeit viel Schlechtes, aber es gibt auch genug anständige Polizisten da draußen. Küche, Taschenlampe, nimm! Okay, wir haben eine Taschenlampe, die wird eventuell noch wichtig, könnte ich mir vorstellen. Durchsuchen wir mal die Küche. Öffnen Schränkchen. Oh, gibt's gar nicht. Okay, was ist? Tür. Herd Mikrowelle. Ziemlich stumpfes Messer Blut. What? Okay. Jetzt wird's aber ernst. Öffnen wir mal die Mikrowelle. Da ist nix drin. Dann öffnen wir mal den Herd. Ich bevorzuge die Mikrowelle. Okay, na gut. Kettensäge! Ähm, nimm ziemlich stumpfe Messer. Die sind an der Wand festgeklebt. Äh, dann nimm... Wo ist es denn? Das erste gleich. Nimm die Kettensäge. Cool. Und jetzt werden wir hier zum Doomguy, würde ich sagen. Was ist Blut? Nimm Blut. Wie gezackter. Oh! Kommt ihr gerade aus dem Kühlschrank? Ich hab dich! Holy shit! Hast du mich erschrocken? Wie dumm von mir! Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Hä? Na super. Ähm... Benutze Schlüssel... ...mit Tür. Das klappt nicht. Oh! Ich hab wenigstens nen Zellen-Companion. Okay. Geheimlabor. Ist das nicht ein bisschen doof, die Gefängniszelle direkt neben dem Geheimlabor zu machen? Na wer weiß, was hier für Experimente dann mit den Gefangenen gemacht werden. Aber dann muss jeder immer extra durch die Gefängniszelle, wo die Gefangenen sind, dann wieder ins Geheimlabor kommt. Das kommt mir nicht sehr sicher vor. Was ist äußere Tür? Unteres Schloss, obere Schloss, Skelett. Wahrscheinlich muss ich irgendwie zwei Schlüssel finden und dann ins geheime Labor. Ich frage mich, ob wir den kennen. Vergittertes Fenster. Öffne. Ist das vielleicht außen das Fenster, das verrostet ist? Ich glaube nicht. Nimm. Das kann er nicht nehmen. Joa. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht Game Over. Aber wenn, dann wäre es jetzt noch nicht so schlimm. Wechseln wir mal zu Bernhard. Mal gucken, ob der eine Möglichkeit findet, unseren Freund aus dem Kerker zu befreien. Oh, Moment mal. Wir haben jetzt gar keinen Schlüssel für die Haustür. Oh, die steht noch offen. Glück gehabt. Okay. In die Küche gehen wir vielleicht lieber jetzt mal nicht mit ihm. Gehen wir mit ihm lieber mal hier rein. Na komm. Warum kann ich denn ... Ach so, weil die gar keine Klinke hat. Ich dachte, ich verklicke mich dauernd. Dann gehen wir hier rein. Ja, ja, dann schauen wir uns hier mal um. Das Coole mit dem Games Pass ist halt auch wirklich, dass alle Xbox-exklusiven Spiele, alle Microsoft-Spiele, und die haben ja mittlerweile so viele Studios, halt einfach da von Anfang an drin sind. Da kann man sich ziemlich sicher drauf verlassen. Und das ist schon einfach echt ein Mörderangebot, finde ich. Ich bin wirklich beeindruckt von dem Angebot. Also, ich finde es total irre. Muss ich echt sagen. Ob das eine positive Entwicklung ist oder nicht für Videospiele allgemein und so weiter. Das wird sich erst noch zeigen. Das will ich gar nicht beschönigen. Das will ich gar nicht beschönigen. Aber es ist einfach ein fucking geiles Angebot. Das muss man sagen. Ähm ... Was ist Kassettenspieler? Okay, öffne. Lässt sich nicht öffnen. Nimm ... Kann ich nicht nehmen. Altmodisches Radio. Nimm altmodisches Radio. Öffne. Schalte. Schalte. Ah, warte mal. Das hat sich wirklich öffnen lassen. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Jetzt haben wir hier eine Radioröhre und die nehmen wir jetzt wahrscheinlich, oder? Na, da haben wir genau den richtigen für den Job hierher geschickt, finde ich. Altmodisches Radio. Ich könnte eigentlich, warte mal, vielleicht hier noch ein bisschen vergrößern das Ganze. Ne, wenn schon. Warte mal, das ist jetzt zu groß. Schade, warte. Ne, komm. Zzzzt. Na, das ist perfekt, oder? Na, machen wir mal so ungefähr. Ich weiß nicht, ob da noch eine zweite Reihe mit Items kommt. Aber das sieht gut aus. Na, warte mal, da fehlen dann die Untertitel. Ah, ich hätte es gar nicht so groß machen dürfen. Sonst sieht man den Text oben wahrscheinlich nicht. Wäre schon wahrscheinlich ganz gut gewesen, so wie es war. Aber ein bisschen reinzoomen können wir, glaube ich. So, schauen wir mal, ob das passt. Okay, man sieht den... Na, weiß ich nicht. Na doch, es müsste schon passen. Okay. Bernhard, machen wir weiter. Ist das Sofa irgendwas? Couch, Couch, Kronleuchter. Warte mal, da stand irgendwas. Da, warte. Wo denn? Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Wie komme ich da ran? Nimm Schlüssel. Da komme ich nicht ran. Da hilft auch keine Radioröhre wahrscheinlich. Äh, nimm Couch. Kann ich irgendwie... Schließ auf. Reparier, öffne, lies. Ich würde gern... Ich würde gern auf die Couch steigen. Hm. Ist das Bild was? Das Bild ist leider nix. Ja, dann öffne ich mal den Schrank da, oder was das ist. Auch wenn ich gleich wieder Angst habe, dass was rausspringt. Ach, ist das irgendeine Tür? Oh, ja, wer bräuchte denn hier wohl die Taschenlampe, verdammt. Ganz schön mutig von Bernhard hier. Dann bleibt uns wohl nix anderes übrig, als nach oben zu gehen. Oh, die Tür zu irgendeinem Geheimlabor ist offen. Wen haben wir denn hier? Ist das die Familie... Monster... Kopf? Das war der an der Hau... Nein. Oh, ich wollte gar nicht da reingehen. Das war der unten bei der Gefangenen. Der hat unseren anderen Charakter gefangen genommen. Achso, sind es doch nur die beiden? Hm, weiß ich nicht. Öffnen wir mal die Tür. Oh-oh, Blut an der Wand. Ein Klavier, ein Klavier. Ähm, eine Vase. Nimm Vase. Lieber nicht. Öffne Vase. Lässt sich nicht öffnen. Nimm Klavier. Das hauen wir dann irgendjemanden über den Kopf. Das lassen wir auf die Bösen drauffallen. Hast du noch nie ein Bugs Bunny Cartoon gesehen? Was ist... Das ist gar nichts. Ah ja, okay. Klavierstuhl. Gehe zu Klavierstuhl. Nimm Klavierstuhl. Nix kann er mitnehmen, Mensch. Ah ja, warte mal. Da liegt was. Nimm... Alte Platte. Okay. Und die legen wir jetzt? Warte mal. Wie... Wie mache ich das? Ähm... Benutze alte Platte mit Grammophon. Okay. So weit. So gut. Schalte ein Grammophon. Ähm. Okay. Interessant. Warte mal kurz. Ich muss kurz was mit Mehrenden reden. Ne. Okay. So. Was ist... Der Fernseher. Gehe zu Fernseher. Äh... Öffne Fernseher. Lässt sich nicht öffnen. Schalte ein. Ja, da passiert was. Der lädt was. Oder das Spiel stürzt ab. Wir veröffentlichen einfach alles. Ach so. Hallo. All ihr Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Hallo. Ich bin Mark E. Ting. Hahaha. Und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Schick es einfach an die Adresse unter... Äh... Unten. Adresse 222 Skyscraper. Briefmarke nicht vergessen. Aha. Ob das noch witzig... Äh... Wichtig wird? Öffne Kassetten. Recorder Deck. Lässt sich nicht öffnen. Ich glaube ich nimm die Schallplatte mal wieder mit. Oder? Ach so. Die wird noch gespielt. Hm. Ausschalten. Nimm... Nimm... Schallplatte. Ich nehm die mal nochmal mit, die Schallplatte. Weil man weiß ja nie... Hm. Naja, dann geh ich mal in das Labor, oder? Auch wenn ich kein gutes Gefühl hab, muss ich sagen. So. Was ist Statue? Plakette. Tür. Dann schauen wir mal... Lies... Plakette. Sie troff... In... Winzele... Le... Louvre. Pusht... Pei. Okay. Was? Nimm... Statue. Viel zu schwer. Ja, sehe ich einen. Okay. Ah, da haben wir noch jemanden. Den kennen wir noch nicht. Wir sehen auf dem Gemälde da. Ähm... Öffne Tür. Dunkelheit. Okay. Können wir die Kerze mitnehmen? Ne. Ne, hier gibt's wirklich nur Türen. Na dann, öffne Tür. Ich hab gesagt, öffne Tür. Danke. Oh! Video Fever. Disco Crazy. Alien Slime. Die... Die. 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 Die gibt's gar nicht. Kann ich die Spiele jetzt alle spielen? Das wär cool. Nimm. Nimm. Äh... Benutze. Schade. Geht nicht. Einschalten. Es ist schon an, aber da fehlt Strom. Ach so. Das ist wahrscheinlich bei allen so. Ein Airhockey-Tisch? Was ist Zack-McCracken-Poster? Jetzt weiß ich nicht mehr, was chronologisch vorher kam, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt muss ich... Ich... Ich werde das mal schnell investigieren hier. So. Das machen wir jetzt Live-Recherche. Zack-McCracken-Reliase. 1988 sagt mir hier Google und Maniac Mansion 87. Ein Jahr vorher. Dann haben die hier voll vorsinnflutlich schon ein Poster von dem Spiel, das es noch gar nicht gibt. Nice. Cool, cool. Und Indiana Jones kam dann nochmal irgendwie ein Jahr später. 89. Und dann kam Loom. Davon habe ich mal gehört, aber das sagt mir nicht mehr wirklich was. Das vierte Spiel der Scum Adventure Game Engine. Ja, aber jetzt muss ich nochmal kurz, weil was ist dann... Mit Day of the Tentacle. Wann ist denn das dann released? Da muss ich nochmal kurz gucken. Day... Ne, warte mal. Day of the Tentacle. Day of the Tentacle erst 93. Ah ja, das war ja dann viel später. Maniac Mansion 2 Day of the Tentacle. Genau. Das ist ja quasi der direkte Nachfolger oder so. Also zumindest von der... Es ist der zweite Teil von dem, was wir gerade spielen. David Grossman und Tim Schäfer. Tim Schäfer ist ja heute noch sehr bekannt und macht ja immer noch einiges. Der hat ja jetzt... Ich glaube Double Fine hat der gegründet, ne? Sogar. Oder zumindest arbeitet er da. Und hat da einige ziemlich coole Spiele auch wirklich gemacht. Ich meine Brutal Legends ist ganz nett, aber vor allem fand ich Psychonauts wirklich ziemlich genial. Da bin ich... Da bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Das... Das... Das stimmt. Das ist... Das ist eins der Xbox-exklusiven Spiele, auf die ich wirklich gespannt bin. Auf die ich mich wirklich freue. Ich glaube, das ist Xbox... Exklusiv zumindest. Psychonauts war super. Ich schau mal kurz. Psychonauts 2. Microsoft Windows... Nein, kommt auch für die... Für die Playstation... Aber nur für die Playstation 4. Aha. Das ist angekündigt für Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Playstation 4, Xbox One und Xbox Series XS. Ha. Komisch, ne? Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Wisst ihr, was ich für eine Theorie habe? Ich habe die Theorie, dass Microsoft jetzt vielleicht mit der Xbox Series weggeht von diesem traditionellen Konsolen-Release quasi. Dass alle sechs, alle acht früher, wann es noch vier Jahre eine neue Konsole kommt. Und ich glaube, das will Microsoft auflösen. Das ist meine Theorie zumindest. Dadurch, dass die weiterhin die... Abgeschlossen... Dadurch, dass die weiterhin die... Ähm... Xbox One unterstützen. Und zwar bis auf unbestimmte Zeit. Also selbst das neue Halo soll noch für die Xbox One kommen. Und die Xbox Series S technisch gesehen auf dem Papier in mancherlei Hinsicht zumindest sogar leistungsschwächer ist als die Xbox One. Weil die Series S kein 4K unterstützt und deswegen sehr viel Leistung einsparen kann. Und die Xbox X eher so das Premium-Produkt ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die jetzt einfach jährlich, so ein bisschen wie Apple oder alle zwei Jahre, so eine neue Version bringen. Und dass die halt dann so das Premium-Produkt haben und das eher so billige Produkt, das man sich so mal leisten kann. Und vielleicht gibt es dann noch irgendwie so besondere Spin-Off-Dinger oder so, keine Ahnung. So das Air, wie eben Apple mit dem Note... mit dem Tablet Air und dem Tablet Pro, ne, und dem normalen. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass da jedes Jahr jetzt... Da kommt jetzt wahrscheinlich dann bald... Oh, ein Tentakel! Hihi! Okay. Da kommt jetzt wahrscheinlich dann... Also, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich stimmt nicht. Aber da kommt jetzt eventuell vielleicht nächstes Jahr dann schon so eine Xbox-Pro-Variante oder so. Oder vielleicht in zwei Jahren. Man will ja auch die Käufer nicht verärgern. Aber, ne, so eine leicht upgedatete Version. Und dann kommt vielleicht immer wieder so eine... So eine neuere Mittelklasse-Version, eine neuere Light-Version, eine neuere Premium-Version. Und dann so ein bisschen... Ich könnte mir das vorstellen. Das würde, finde ich, total Sinn machen. Und alles wird noch unterstützt. Und erst in drei, vier, fünf Jahren von jetzt weg sagen die, okay, jetzt wird zum Beispiel die Xbox One aber wirklich nicht mehr unterstützt. Und in sechs Jahren sagen die dann, okay, die Series S wird jetzt nicht mehr unterstützt. Na, so, so, das könnte ich mir vorstellen. Aber so langsame Progression, dass man sich halt einfach mal alle paar Jahre ein Upgrade kaufen muss, wie bei Apple eben. Die Apple-Strategie würde jetzt, wenn die wirklich den Games Passants Zentrum stellen, sehr gut passen. Aber wer weiß. Nimm den Pinsel. Nimm den Farben... Ach, Farbentferner. Okay. Okay. Nimm... Plastikfrüchte. Und die können wir auch nehmen. Was können wir eigentlich nicht nehmen, ist die Frage. So, können wir jetzt irgendwas damit machen? Ich weiß nicht. Benutze Pinsel mit Farbentferner. Mit Pinsel. Das war echte, das war echte Verschwendung. Mein Gott, bin ich jetzt Game Over? Nein! Nein! Bitte nicht! Oh Gott, das wäre echt doof. Das kann ich nicht nehmen. Das steht nichts drauf. Das kann ich nicht nehmen. Das steht nichts drauf. Öffne Kiste. Lässt sich nicht öffnen. Hm. Nimm... Tesafilm. Nein, das geht nicht. Den gibt's nicht. Nimm... Zeichnung. Öffne Zeichnung. Geheimer Safe dahinter. Nein, okay. Drücke. Drücke. Ziehe. Ziehe. Box. Ich weiß nicht, was das Spiel will. Ich habe gerade irgendwie was verschwendet, was ich eventuell noch brauchen könnte. Mensch. Jetzt gehe ich nochmal in die Küche. Mal schauen, ob wir nochmal gefangen werden. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich öffne jetzt mal den Kühlschrank. Schrank. Okay. Das sieht relativ normal aus, oder? Zerbrochene Ketchupflasche. Dann ist das hier gar kein Blut. Naja, wer weiß. Pepsi-Dose, Salat, Käse, alte Batterien. Also, wir nehmen die alten Batterien. Warum auch die immer im Kühlschrank sind. Wir nehmen den Käse. Wir nehmen den Salat. Mein Gott, wir können das wirklich alles mitnehmen. Wir nehmen die Pepsi-Dose. Wir nehmen die zerbrochene Ketchupflasche. Na super. Und jetzt öffnen wir die Tür. Der Speisesaal. Was ist? Wir haben einen Stuhl. Falls ihr euch wundert. Wir machen jetzt die erste Folge oder die ersten Folgen länger. Natürlich zum Ausgleich für die fehlenden Folgen. Für die Tage, wo es jetzt nichts gab. Was ist... Nimm... Ah ja, den können wir mitnehmen. Nimm die Kerzen dann mit. Die anderen gehen ja nicht. Das ist zu schwer. Okay. Nimm alter Truthahn. Bäh! Den nehmen wir wirklich mit. Ha, ich bin hungrig. Oh. Oh. Wahrscheinlich sollten wir jetzt schnell abhauen. Warte mal. Schnell. Nimm den Schinken noch. Dann findet er nichts zum Essen. Okay. Der ist verrottet und widerlich. Lauf, Bernhard. Lauf. Lauf. Woher wissen wir das eigentlich? Also ich weiß das, weil ich die Cutteen gesehen habe. Aber wie wird das eigentlich erklärt hier? Nimm Glas. Nimm Fruchtsäfte. Nimm Konservendosen. Nimm das da. Nimm alles. Nimm alles. Oh oh. Er geht in die Küche. Dummdi dummdi dumm. Wo ist der Käse? Ah, er geht wieder. Okay, cool. Hier ist abgeschlossen. Ist im Boden fest. Oh Mann ey. Ich habe hier so viel Zeug. Ich weiß überhaupt nicht. Was soll ich denn mit dem ganzen Zeug? Ah, Tentakelfutter habe ich hier. Vorsichtig. 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 Ah, das war nur die Standuhr, die hier tickt. Ich dachte schon, jetzt höre ich Schritte oder so einen Scheiß. Oh Mann. Das Spiel macht einen fertig. Setzt seine Soundeffekte sehr dezent, aber wirkungsvoll ein. So. Jetzt keine Angst vor dem Tentakelwesen. Tentakel sind immer gut. Keine Angst. Okay, ich habe eine Theorie. Wie wäre es denn, wenn wir das Razer mal versuchen lassen? Vielleicht hat Razer nicht so Angst vor dem Tentakel. Vielleicht ist das Bernhard. Ich weiß nicht, ob die Charaktere unterschiedliche Eigenschaften haben. Ich könnte es mir schon vorstellen. Also bis jetzt habe ich das Gefühl, haben wir noch nicht wirklich irgendwas geschafft, oder? Wir haben einen unserer Charaktere verloren. Aber ich hoffe, das muss so sein. Ah ja, guck, sie hat keine Angst. Du darfst erst durch, wenn du mich fütterst. Sehr gut. Gut, dass wir Razer mitgenommen haben. Ich wusste doch, dass das noch hilft. Bernhard? Ähm... Jetzt muss ich mal gucken. Gib. Gib. Gib Tentakelfutter zu Razer. Person Razer mit Tentakelfutter. Los geht's. Gib. Gib Tentakelfutter zu. Grünes Tentakel. Danke! Mehr essen, bitte! Ach so! Ah ja, ich versteh schon. Na super, dann müssen wir jetzt Bernhard ganz schön ausleeren, befürchte ich. Also. Gib. Gib. Käse. Razer. Gib. Von mir aus auch mal die Plastikfrüchte vorsichtshalber, oder? Gib. Pepsidose Razer. Gib. Zerbrochenes Ketchup von mir aus auch. Gib. Salat. Gib. Alter Truthahn. Braten. Verrottet. Sehr lecker. Kemper. Trergood. Fruchtsäfte. Konservendosen. So! Das müsste hoffentlich reichen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Na, komm! Noch ein Schritt. ihrer. Ah, jetzt ... Gib Käse. Thank, mehr essen, bitte. Gib Pepsidose. Nein, danke. Da muss ich rülpsen. Gibt Plastikfrüchte. Wow, mein Lieblingsessen. Das war's. Ah. Was zu trinken. Was zu trinken, aber Pepsi will er nicht. Fruchtsäfte. Danke. Nice. Okay, dann können wir uns jetzt hier weiter umschauen. Ähm. Öffne. Dunkelheit. Ah, wenn die Taschenlampe nur nicht im Gefängnis wäre. Wartet mal, was ist denn das für eine Pflanze? Ich muss mal gucken, ob da... Schöne Pflanze. Nimm. Drücke. Ziehe. Hä. Mir fehlt irgendwie das Einfach-Untersuchen-Kommando. Ich schau mal kurz den Gang entlang. Ganz viele Türen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Großes, große Villa. Wanted. Lila Pünktchen. Hm. Mhm. Okay. Hier haben wir ein Funkgerät. Ein Röhrensockel. Ah. Bernhard, kannst du jetzt bitte an der Tentakel, an dem grünen Tentakel vorbeigehen? Das wäre echt gut. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ah, grüner Tentakel ist sowieso weg. Weil wir hätten hier eine Röhre. Eine Radio-Röhre. Die Radio-Röhre werden wir mal auf den Röhren. Da liegt noch was am Boden. Aber gut. Machen wir erst mal das Razor. Du musst leider ganz kurz weggehen. Ja, okay, von mir aus. Wollte ich gar nicht, aber gut. Ähm. Benutze Radio-Röhre. Radio-Röhrensockel. Der Radio-Röhrensockel. Sehr schön. Nimm Cent. Ziehen Cent. Okay. Dann haben wir hier noch Steckbrief. Bild von Schwester Edna. Bett. Okay. Schalte ein Funkgerät. Ähm. Repariere Funkgerät mit. Ach so. Schalte. Muss ich das extra einschalten, die Röhre? Das klappt nicht. Und das Mikrofon? Okay. Nimm Mikrofon. Mir fehlt so ein bisschen der einfach nur benutzen. Einfach nur benutzen Befehl fehlt mir. Ah, es gibt den benutzen Befehl. Ah. 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 Hm. Könnte mein Freund sein vielleicht, wenn der deren Feind ist. Oder auch nicht. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie an. Eins Eins Drei Acht. Hier ist die Meteor-Polizei. Ah, das Spiel ist toll. Mhm. Sie haben den lila Meteor gesehen? Ich bin in fünf Minuten da. Okay. Und schließen Sie die Labortür auf. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, was er meint. Die ist jetzt da auf dem Mond. Ich bin auf der Erde. Was soll ich denn? Soll ich den ganzen Planeten auf Lichtgeschwindigkeit oder mich selbst beschleunigen? Oder was wollt ihr eigentlich? Was ist das für ein Kommentar? Naja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Ah. Nein. Damn it. Na super. Okay. Jetzt heißt es jetzt zu zweit. Überwältigt Sie. Attacke. Oh. Oh. Man sieht wirklich die Untertitel gar nicht. Wie dumm von mir. Ich hätte euch ans Fett wesseln sollen. Ah. Wie dumm von mir. Ich hätte besser auffassen sollen, dass man auch wirklich die Untertitel lesen kann. Also die Übertitel. Ja super. Ähm. Razer. Du bist unsere einzige Hoffnung. Das macht keinen Blödsinn. Nein. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Hilfe. Sexy Mumien und alles hier. Ruf doch mal Ätna. Ähm. Zerbrochener Spiegel, Waschbecken, Toilette, Toilettendeckel, öffne Toilettendeckel. Oh guck mal der Schwamm da hinten sieht aus wie ein Creeper. Ich sehe schon. Ich glaube wir müssen gleich nochmal neu starten. Aber ich schätze das gehört in dem Spiel auch irgendwie dazu. Ähm. Benutze Toilettendeckel, das klappt nicht. Schwammtrocken mit. Daddy verhält sich sehr komisch seit dem Geheimprojekt im Labor. Da liegt ein Schlüssel auf seinem Nachtkästchen. Ah. Ja und? Oder ihr? Ich bin mir nicht sicher. Nun Mami, ich mache mir Sorgen um ihn. Fünf Jahre nicht mehr beim Essen war er. Die Untertitel sind wirklich ein bisschen abgeschnitten, aber so müsste es jetzt wieder passen. Ich hätte es einfach lassen sollen, wie es war. Und er bringt diese Leiche tief in der Nacht nach unten in den Keller. Worauf willst du hinaus? Ed. Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach vergiss es. Oh je, oh je, oh je, oh je. Also was ist Toilettenkettenspülung? Ich nehme mal den trockenen Schwamm, oder? Nimm. Trockener Schwamm. Schwamm trocken. Hä? Nimm den nicht, aber sagt auch nichts dazu. Nö. Naja, dann weiß ich es auch nicht. Zerbrochener Spiegel, Tür, Duschvorhang. Ruf doch mal Edna. Und dann irgendwas, das ich nicht sehen kann wegen der Mumie. Ziehe! Aber die Mumie ist nicht mal irgendwas, mit dem ich interagieren kann. So, hier ist eine sexy Mumie. Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich nicht bewegen. Öffne. Sarkophag. Aha! Geheimer Computer oder sowas. Das klappt nicht. Ein Kissen und ein Fernseher. Aha, okay. Überflüssige Körperteile, Playboy-Kalender. Kann man einfach so den Namen Playboy benutzen in dem Spiel? An der Wand genagelt, geheftet oder geklebt. Oh, es klingelt! Ich habe im Vorfeld gelesen, wenn es klingelt, muss ich ganz schnell beim Briefkasten sein, weil sonst habe ich ein Problem. Ich weiß nicht genau, warum. Schon wieder? Ja, okay. Aber das habe ich als Tipp gelesen, bevor es spielt, quasi so Sachen, die man wissen sollte, bevor man anfängt. Nicht alle drei Charaktere gefangen nehmen lassen und ganz schnell... Eindringling Halt hat Krabbe gerufen. Oh Gott, shit. Ganz schnell zur Haustür, wenn es klingelt. Bevor es ein anderer tut. Äh, nimm Paket, weil ohne das Paket kann man scheinbar überhaupt nicht durchspielen. So, hier dürften wir erstmal in Sicherheit sein. So, da la. Na gut. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, speichere ich nochmal. Und, ähm... Jetzt schaue ich dann mal in... In einem Guide vor der nächsten Folge, ob ich vielleicht irgendwas Wichtiges übersehen habe, ob ich vielleicht schon Game Over bin, weil ich diesen... Diesen... Diesen Farblöser benutzt habe, ne? Vielleicht müssen wir sowieso nochmal von vorne anfangen. Oder so. Und ansonsten spielen wir beim nächsten Mal einfach hier weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm... Ja, dann bis morgen. Adieu.